Ja, den tropischen will ich nicht, der bringt mir nix. Hm. Nein. Das ist so eine kleine Welt. Ich guck mal, was die Forschung, was die Erkundung in den Nachbarsystemen so von sich gibt. Vielleicht find ich ja noch einen besseren. Ich meine, als Maschine ist es mir relativ Wumpe, aber ich möchte ja doch noch so ein bisschen was Gescheites haben. Geh ich die Ressourcen jetzt aus? Ich hab in meinem Explosionsplaner gerade einen Planeten gefunden mit einer Alien-Spielzeugfabrik. Okay. Dildos. Alien-Dildos. Er hat nicht gesagt, mach's den Spielzeug. Also gehe ich von aus, dass es Sex-Spielzeug ist. Wer weiß. Könnte schon sein. Das war dann eher zu groß, was die anderen sagen. Aber wenigstens bin ich nicht mehr der Sex-Bot. Ich meine natürlich Kuschel-Bot. Hey, dass man so viel Pech in einem Spiel haben kann, das ist auch schon neu, ne? Aber wie wir ja vorhin schon sagten, 0815, fick dich. Oh, ich hab hier ein unidentifiziertes Reich direkt an der Grenze im Norden. Das ist schlecht. Hey du Hoshi. Erkunde mal bitte zuerst diesen Planeten. Weil dann kann ich nämlich schon die Kolonisierung in Auftrag geben. Weil meine nördlichen Grenzen sichern. Ich weiß, normalerweise hast du das Suchmuster so, dass du quasi nur in einem Abwasch durchgehen musst, aber... Ich meine, das muss man der KI ja wenigstens lassen. Dieses Suchmuster machen sie schon gescheit. Da hin. Okay. Kolonisierung in Auftrag geben. Und zwar da. Gründet das Frozen Network. 20er Planet. Und auch relativ in der richtigen Richtung. So, und da ich da eine Kolonie baue, kommt da auch definitiv ein Warpgate hin. Das macht die Reisen etwas angenehmer. Achso, das ist die Flotte. Da bin ich immer gespannt, was das für ein Imperium ist da oben. Das ist die Konstruktion complete. Haben wir eigentlich gesagt, welche... Ähm... Formen... Nein, welche Biome wir uns auserwählt haben? Ähm, ist doch vollkommen egal. Also mir zumindest. Ja gut. Da hast du auch wieder... Weil ich glaube, ich hätte für den dritten Reihe den obersten Eintrag genommen. Ah, also... Was auch immer das war. Äh, ist das nicht arktisch? Glaube. Ja, dann haben wir denselben. Aber ist auch nicht so schlimm. So, wir dürfen... Wie hier, du nimmst mir meine Planeten weg. Ja, komm du mir erst mal her. Ja, okay. Jake macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Ja. Ja. Was? Das neue Klima hat seinen Tribut gefordert und unser Wissenschaftsteam ist damit gescheitert, weitere Details über ISS-Examiner in Erfahrung zu bringen. Das ist sehr bedauerlich. Ich wusste nicht mal, dass ihr irgendwie so einen Auftrag habt. Konstruktion complete. Ich werde das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine dokumentieren. System survey complete. So, jetzt warte ich allerdings erst, bis die Kolonie in Gründung ist und dann gehe ich mal dem Oxidry-System mal einen Besuch abstatten. Man gönnt sich ja sonst nichts. Apropos Gesundheit. Was? Wusstet ihr, dass das Wort Gesundheit im amerikanischen Sprachgebrauch ein ganz normales Wort geworden ist? Ja, das wusste ich schon. Ich wusste es bis vor kurzem nicht. Sie sagen das tatsächlich kaum so. Wo mag das wohl herkommen? Die kennen ja auch Hinterland und Kindergarten. Ja, und Blitzkrieg. Ja gut. Das geht weiter. Ich frage mich wohl, woher sie das Wort gelernt haben. Genauso wie Hinterland. Ich war letztens voll überrascht in dem Video. Die unterhalten sich da halt und dann fickt einer an zu lesen der andere Gesundheit. Und ich so, hä, momentan hat er gerade Gesundheit gesagt? Ja. Habe ich ein bisschen nachgeschaut und vermutlich durch das Jiddisch, dass es durch die ganzen Juden, die damals geflohen sind nach England, also nach Amerika, dass es dadurch halt eben in diesen Sprachbegriff reingekommen ist. Okay. Es könnte auch daher kommen, dass die Amerikaner einen sehr, sehr großen Anteil an, ich sag mal, Urdeutschen haben, weil sehr, sehr viele aus Deutschland geflohen sind, nicht nur aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern vorher schon. Ja, aber die gehen von aus, dass es im Zweiten Weltkrieg ist, weil es vorher nicht großartig vertreten gewesen ist in den Recherchen von denen. Es gibt große Teile von, es gibt sogar ein, äh, jetzt muss ich überlegen, ähm, ich glaube, es gibt sogar ein Hannover in, in Amiland. Ne. Doch. Die haben einige deutsche Städtenamen. Die spinnen die, hab ich. Ja, nu. Klauen uns unsere Namen. Sie klauen uns unsere Namen und unsere Jobs. Es gibt sogar ein Dorf oder Stadt, ich weiß nicht, wie groß das genau gewesen ist, aber, ähm, da sprechen sie komplett nur Deutsch. Das glaube ich irgendwann. Da sind die Amerikaner in diesem Dorf der Ausländer. Ja. Mein Kolonist heißt Pirak. Das ist schön für ihn. Oder heißt so das Volk? Ich hätte mir das vielleicht irgendwann mal merken sollen, wie ich die genannt habe. Spezies. Die heißen tatsächlich Pirak. Okay. Es gibt in den USA dreimal Ulm. Es gibt vier Ableger von Köln. Zwei von Lübeck. Osnabrück gibt es auch. Also, Osnabrück heißt es dort, als es kein Ü gibt. Haben sie einfach in eine O-Ring gesetzt oder sowas. Ja. Sie hätten ja auch einfach mal wie normale Menschen einfach auch das Ü lernen können. Ja. Das New Ulm in Minnesota hat 13.500 Einwohner. Das kleinere Ulm in Texas, das glaube ich, ist das, was wir gerade meinten, ist von Deutschen gegründet worden. Wirklich in Texas. Cool. New Hope. Eine arktische Welt, die gerade kolonisiert wird. Von den Beta-Aniens. So, so. Na gut, dass ich schon für den Krieg rüste. Nein, tue ich nicht, aber spätestens jetzt. Klingt vernünftig. Äh. Vollständiger Kundenssaden über ein weit entferntes System erlangt. Yay. Ähm. Wenn man das hier, diese komische Ozeanwelt, ja. Ähm. Ja, komm. Arschlecken. Da müssen wir uns tatsächlich mal etwas aggressiver ausdehnen. Ist normalerweise nicht ganz so mein Spielstil, weil es einfach sauviel Energie frisst, aber... Was kostet die Welt? Ähm. Jahresmaul irgendwas um die 147 Euro oder sowas. Ja. Andere Frage, weil die ist das freiwillig. Ja, die ist was freiwillig. Die Welt. Keine Ahnung. Äh. Das kann ich dir nicht beantworten, aber... Ich merke schon, ich muss aufpassen, was ich heute sage. Du bist so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Schlimm so weit. Dürfen auch zwei Wörter benutzen. Okay, sehr schlimm. Ähm. Da, auch noch eine Wohnlochstation. Mal gucken. Jetzt darf ich den Planeten nicht kolonisieren. Warum nicht? Weil ich nicht genügend Einigkeit habe. Einfluss. Das ist ärgerlich. Das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich. System Survey complete. Für dich. Der darf für den anderen kolonisieren. Das ist aber nicht ganz so nett gewesen, glaube ich. Oh. Jake hat mich bereits jetzt entdeckt. Oh, cool. Hallo, Jake. Dann benutzt Jake aber Warp, ne? Und nicht Warp Gates. Und er hat sehr viel Geld ausgegeben für noch mehr Warp Gates. Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzen konnten. Was haben wir denn hier? Der Larvis Hive. Ein Schwarmbewusstsein. Wir sind die Larvis Hive und sprechen mit einer Stimme. Das Schwarmbewusstsein hat von eurer Gegenwart Kenntnis genommen. Das erste werden wir euch nur beobachten. Unser zukünftiges Handeln wird davon abhängen, ob ihr für uns eine Bedrohung, eine Expansionsmöglichkeit oder eine unvorhergesehene Variable darstellt. Da ihr aussieht wie Venusfliegenfallen und ich aussehe wie Insekten, weiß ich, wie das Aufeinandertreffen ausgehen wird. Tut mir jetzt mal fürchtendlich leid, aber da gibt es nur eine Möglichkeit, wie das enden wird. Und deswegen erforsche ich jetzt erstmal bessere Raumschiffe. Weil das geht nämlich gerade mal gar nicht. Habe ich hier noch irgendwo Energie, die irgendwo rumgefüllt? Da. Mache hier mal die Spezialprojekte und danach gehen wir mal weiter erkunden. Zum Thema Venusfliegen gefallen, habe ich mir ein kleines Bild gepostet. Ja, kann ich jetzt schlecht nachgucken. Du nicht, aber die anderen können. Wieder Witze hinter meinem Rücken machen, ne? Das ist ja die Welt. Die mache ich auch vor deinem Rücken. Achso, ja dann. Moment, was? Was erlaubst du? Ich hake dich in zwei Teile. So, haben wir jetzt hier alle Systeme abgedeckt. Das sieht gut aus. Das heißt, ich müsste Panzerung haben. Bam. Und sogar Schilde. Das nehmen wir doch gerne. Ähä. Die Insektenschiffe sehen aber schon ein bisschen scheiße aus, ne? Wobei die Transportschiffe gehen. Aber der Rest, der ist so ein bisschen... Weiß nicht. Sehen aus wie so ein Hirschkäfer, auf den man einfach mal so drauf gelatscht ist. Kann man mal machen, aber... Wobei, ich habe auch schon hässliche Rührerschiffe gesehen. Special Project complete. Äh, Wolkenbrecher. Yay. Ja, genau. Ey. Mein Forschungsbaum initialisiert auch das Protokoll 0815. Ich kann jetzt... Äh, was heißt das? Pitarianischen Staub abernten. Der macht Nahrungsleistung plus 10%. Wir wissen alle, dass wir Maschinen Nahrung haben. Ohne Hölle. Wir können auch N-Gos-Dampf abbauen. Das macht Bewohnbarkeit plus 5%. Oder Flottenkapazität. Oh, was werde ich davon wohl erforschen? Das mit dem Essen. Ja, genau. Das ist super wichtig. Priorität 1 Forschung. Ah, super. So, die Siedlungen sind im Gange. Ich glaube, so aggressiv sind wir nie. So früh ausgedehnt. Und damit dürfte ich das dann alles haben. Ja. Genau. Das sieht gut aus. Weil wir so schön sind, so schlau sind. Hä? Wo habe ich die denn jetzt her? What? Manchmal sollte man Events vielleicht auch lesen. Ich habe drei Plünderschiffe gekriegt. Cool. Alter Schwede! Kann ich die disassemblen? Kleiner Röntgenlaser. Das ist ein Stufe 4 Laser. Und ein mittlerer Disrupter. Stufe 1. Äh. Kleiner Antimaterie-Reaktor. Das sind Stufe 4 Reaktoren. Und Stufe 3 Schilde. Alter. Die hätte ich gerne. Auseinandernehmen. Teile ausschlachten. Technologie-Bergen. Ja, Hoshis. Hey, erklär mir den Krieg. Ja, am Arsch. Special Project complete. Okay. Ich habe ein Spezialprojekt gerade gestartet. Das heißt, eine Nase voll. Jetzt möchte ich das tatsächlich mal lesen. Die Kiste ist tatsächlich eine Art Dokument. Wissenschaftsoffizier Unit Z4 hatte auf historische Aufzeichnungen oder eine Art elementaren Kodex der noch unbekannten Kultur, die sie zurückgelassen hat, gehofft. Wurde aber leider enttäuscht. In Wirklichkeit scheint es sich bei der Aroma-Kiste um eine Sammlung relativ kurzer Erzählungen zu handeln. Darauf lassen zumindest die schnellen Geruchswechsel vor dem Ende jeder Sequenz schließen, die wohl überraschen oder belustigen sollen. Die Techniken, mit der die bestimmten Gerüche gespeichert und reproduziert werden, sind einigermaßen interessant, die erzählten Geschichten dagegen nicht. Der Besatzung der ISS Examiner bleibt das ungute Gefühl zurück, das sie unbeabsichtigt hautnah erlebt haben, wie die gasförmigen Verdauungsnebenprodukte der unbekannten Alienrasse riechen. Unit Z4 will trotzdem nicht darüber spekulieren, weshalb die Kiste auf dieser gefrorenen Eishölle von Planet abgeladen worden ist. Ja. Gut. Warum das allerdings meine Maschine interessiert, ist, glaube ich, wieder ein Thema für sich. Kann man mal machen. Ich hätte gerne das Plünderschiff. Ich würde das echt gerne ausschlachten. Warum? Ja, geht ja leider nicht. Das ist ja das Problem. Sonst würde es ja tun. Sonst wäre das Projekt schon längst gestartet. Bleiben wir auf nochmal? Äh, nee, Entschuldigung. Ich hatte gerade Brain Lag. Das war alles. War gehabt, Hirn-AfK. So kann das nämlich auch manchmal gehen. Wenigstens sind die Startsysteme hier jetzt bei mir deutlich angenehmer. Nicht mehr so wie bei dem, was niemals das Tageslicht entblicken wird. System-Survey complete. Ich könnte ja ein Riesen-Arsch sein und die noch mit Außenposten einkesseln. Komischen Fliegenfallen. Ach, ihr mögt mich jetzt schon nicht wegen Grenzkonflikten. Anomalous-Surface-Variable detected. Leckt mich so rum. So viel. So, aber die Kolonien dürften auch bald fertig sein. Ach, da habe ich schon. Brauche ich da nicht noch eins. Ein tragisches Schicksal. Da hätte ich gerne einen Uplink-Knoten. So, meine Heimatwelt ist fertig. System-Survey complete. System-Survey complete. Da wir ja schon wieder für den Krieg rüsten müssen. System-Survey complete. Oh ja, da war ja was. Richtlinien. Das vergesse ich nämlich immer, dass die neuen Erlasse... Wir wissen immer noch nicht, weil es keiner ausprobiert hat. Die Erlasse für die Forschungsförderung haben keine Nachteile mehr. Der einzige Nachteil, in Anführungszeichen, ist, dass sie halt Influence kosten. Oder Einfluss. Und dafür plus 20% Forschung nehme ich. Wobei macht den Kolonien jetzt momentan auch noch nicht so fertig. Aber das ist mir auch egal. Weil... Und was muss, das muss. Das Ganze steigt ja dann exponentiell. Seid ihr alle wieder so vertieft in eure Bauaufgaben, dass keiner mit mir redet? Oder habt ihr mich alle gemutet und ich hab's mal wieder nicht mitgekriegt? Das auch. Achso, natürlich. Könnte es auch anders sagen. Ich kann nix dafür, dass der Anfang von Stellaris etwas zäh ist. Ist ja nicht meine Schuld. Ich mach das Spiel. Oh, doch. Na ja, okay. Sobald die Aufnahme hier vorbei ist, werde ich dann mal dem Game Director von Stellaris und ihm sagen. Und wird er schicken und ihm sagen, hey. Hey, du, du bist scheiße. Hey, du, der Kolonien hat gesagt, dass... Nein, das war ich nicht. ...dass der Anfang langweilig ist. Nein, das war ich nicht. Oh wohl. Nein, das war ich nicht. Und jetzt habe ich wenigstens auf Twitter auch 280 Zeichen, dass ich es ihm erklären kann. Nein, das war ich nicht. äh, ich könnte Terraforming erforschen oder aber es gibt glaube ich im Moment nix was mir egaler wäre als Terraforming das muss ich ja leider mal so gestehen gerade hol ich mir das Stromsystem ja komm, oh Planet in Aufruhr das kann ich ja mal vorlesen die gesamte geologische Struktur von Kreschim 3a ist tatsächlich im Wandel begriffen Wissenschaftsoffizier Unit A7 hat der nicht schon an der komischen Keksdose geschnüffelt, naja der versichert uns auf jeden Fall dieser tektonische Prozess sei so faszinierend wie esoterisch viel interessanter für die Assimilators ist aber, dass wir in der Lage sein könnten die unaufhörliche, chaotische Selbsttransformation des Planeten strategisch aufzuhalten kurz gesagt den Planeten fast augenblicklich zu stabilisieren um ihn etwas bewohnbarer zu machen wenn auch nicht ganz ist theoretisch möglich Unit A7 vermutet, dass für die gründliche Zuordnung der planetaren Aktivität und die Bewertung eines in seinen Worten chirurgischen Terraforming Schlags zusätzliche 200 Energie Credits benötigt werden da uns tatsächliches Terraforming derzeit noch zu hoch ist, stellt dies eine aufregende Gelegenheit dar ja komm, hau rein was soll's, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Taktisches Terraforming Wissenschaftsoffizier Unit A7 berichtet, dass das Terraforming von Crescent 3a tatsächlich möglich ist man erwartet, dass sich demnächst irgendetwas anderes passiert dass sich bald ein enges Zeitfenster öffnen wird da der Planet nun in eine besonders instabile Phase seines Zyklus kommt die ein paar Monate andauern wird Unit A7 ist der Ansicht, dass wir über Miniatursprengladung in der Kruste des Planeten und die strategische Asse nicht gesehen ok, der möchte das auf jeden Fall machen jetzt brauche ich nur den Hoshi dann mach das mal äh, ne, nicht in Orbit fliegen sondern Projekt erforschen äh, was haben wir denn hier Void Clouds mit 600 und ein paar Kaputten da der ja von zeitkritischem Event gesprochen hat ist es vielleicht ein bisschen blöd wenn man dann jetzt den Text vorliest dann ist es nachher weg bis ich fertig bin Wissenschaftsunit A7 berichtet stolz dass der Planet Kreshim 3A nun von Kark auf Arid reklassifiziert werden kann dieses großartige Experiment hat die syntoidischen Wissenschaftler sehr bereichert na das ist doch mal was der Planet ist zwar scheiße aber schön, dass wir ihn jetzt kolonisieren können ein 8 Slot Planet das ist aber ja gut mir ja ein 8 Slot Planet der Aride ist und das einzige Feld das im Zentrum ist wo du dann halt maximalen Nutzen aus diesem ganzen Feldbonis nehmen kannst ist in Forschung das ist toll der Planet ist so scheiße das geht gar nicht wo ist der denn Alter, den würde ich nicht mehr kolonisieren wenn es der letzte bewohnbare Planet in der ganzen Galaxie ist tja, hätten wir jetzt bloß mal den Exterminatus Mod installieren könnte ich ihn wenigstens wieder in einen Asteroidengürtel pusten okay, ich frage das nur einmal ihr komischen kleinen Fluffelwesen seid ihr bevor jetzt wütende Kommentare kommen ich habe hier ein System das hat eine geringe Menge an Mineralien ja 3 6 6 8 8 und 10 Dips gehört mir ich habe es angelegt nein, ich brauche schon gerade meine Stationen drin Entschuldigung, kurz langsamer ja klar nee, aber warum ich mich gerade aufrege meine Spezies braucht keine Nahrung das einzige Feld wo jetzt quasi die nächste Bevölkerung draufgepackt wird ist ein Plus 2 Nahrung er hätte die Auswahl gehabt aus Plus 1 Mineralien Plus 1 Mineralien Forschung oder auch nichts und was nimmt er Essen ja, ist doch normal weil Essen offensichtlich besser als nichts ist Technological acquisition successful so und da wir ja im Internet sind ich möchte mich förmlich bei allen *** Menschen entschuldigen weil wir wissen ja wie das Internet ist sobald man sowas sagt gehen sie alle an die Decke das ist jetzt wahrscheinlich anders formuliert und der Fall wäre wahrscheinlich wohl auf den Dornste gefallen damit ein *** tut mir leid sag mal Jake bringst du mich irgendwann echt noch in Schwierigkeiten hast du noch ein bisschen Energieüberschuss Jake oder bist du dieses Mal knapp dran hast du mir jetzt bitte an 1-800-Tool-Time oh man oh schade ich sag ja irgendwann bringst du mich echt noch in Schwierigkeiten jetzt bin ich wieder der Bubon ja verstehe ich nicht ich war gar nicht ich war gar nicht ich war gar nicht ich hab mich eingeladen äh brauchst du immer noch normale Geschwindigkeiten äh nee oh man vielleicht lege ich einfach ein Piepen in der Post-Production drüber dann merkt es keiner das wäre natürlich ne Möglichkeit what the funk da macht er also sozusagen ne Piepshow draus das macht doch auch nicht besser ich mach ne Piepshow draus da hat mir einer einen Außenposten vor die Tür gesetzt ja vielleicht wollte der dir damit irgendwas sagen du kommst hier nicht rein oder ficklich oder ficklich ja das ist natürlich auch ne oder das gültige Antwort ähm ja weißt du was dann sind wir heute mal ein bisschen dann erforschen wir schon mal die Zerstörerweiterung dann sind wir heute mal extremst expansionistisch veranlagt und bauen Kolonie Nummer 4 Nummer 4? ich bin gerade bei Nummer 2 also das wäre dann insgesamt Planet Nummer 4 ja ok dann bin ich bei Nummer 3 weil geht nicht anders achso ich bin aber ehrlich gesagt oder nicht aus meinem Dunstkreis von der ersten Wurmdochstation raus echt nicht oha und ich weiß ich baue jetzt quasi doppelt ne Wurmdochstation in dieselbe Ecke aber das ist mir auch egal so ihr seid fruchtbar und mehret euch das ist auch schon mal gut und wie viel Forschung haben wir denn da 1 2 3 4 ja dann machen wir uns das doch schlau damit mir das nicht wieder so geht wie letztes Mal ja ok hier habt ihr tatsächlich keine andere Möglichkeit als auf Essen zu siedeln weil ihr habt nichts anderes ähm bessere Sensoren da habt ihr tatsächlich nichts besseres wir haben dann da 1 2 3 4 4 6 weiter olda das ist ja schon schlimm das sind meine Forschungsschiffe die forschen anomalous surface variable detected so nee ich hab im Monat 0,27 Energiegewinn 0,27 ja ok minus 2 ich plus 9 im Moment Melko muss mal wieder den Vogel abschießen minus 2 voller Angeber ich mach negativ Rekord das ändert sich aber auch gleich wieder ja ja beim kolonisieren passiert das schon mal da ist das ja nicht weiter verwunderlich das Problem ist nur ich kolonisiere mich wieso kolonisierst du nicht im Null hast weil ich dafür keine Energie habe einmal mit Profis einmal noch gibt's nicht vergiss es gar nicht, dass er interessiert bei mir der Planet ist tatsächlich groß genug, dass es nicht so tragisch ist so Ingenieurlabor 1 bisschen Forschung pushen push little Forschung aber mal zum blöden Außenposten eigentlich immer nur die Standardbewaffnung drauf weil Raumbasen auch nur die Standardbewaffnung drauf haben ja aber die Raumbasen kann ich aufwerten achso nee, die kann ich nicht aufwerten, stimmt richtig du kannst nur diese kleinen Verteidigungsbasen aufwerten ja, ich dachte, dass du gerade die meintest, aber nee, nee, nee dachte ich wohl Construction complete ja, aber nee aber ja, aber nee, aber ja, aber nee ja, weißt du was ich mag die Venusfliegenfalle ja sowieso nicht dann können wir sie auch richtig anpissen Grenzreichweiten Erweiterung plus 20% äh, jo weil ich kriege auch nicht solche Forschung wie zum Beispiel Blocker entfernen oder sowas so nützliche Geschichten nee, nee damit könnte ich ja was anfangen toll, und ich kriege nichts anderes als den Quatsch 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 und ich kriege nichts anderes als den Quatsch